Hier komm einfach so beim nächsten Mal Oh, es wird abends schon Ja Ey, guck mal, Laternen gehen an, das sieht doch geil aus, ey Boah Kann man sich irgendwo Pferde kaufen? Ja, aber jetzt noch nicht, glaube ich, in unserem Level Was wäre echt geil, ey, so zwei Pferde zu haben, da wäre man viel schneller Ja, aber ich glaube, da sind wir noch zu niedrig für Ich weiß, bei Star Wars The Old Republic, dass du irgendwann mit irgendeinem Level hast, du so komische Schuhe bekommst, da konntest du schneller mitlaufen Das war geil Oh, ne, ne Bitte nicht ins Moor Naja Was war hier mal für eine Stadt hier? Weiß ich doch nicht, ey Ach, weiß ich doch nicht Gut, in Stadel Und so, da kommt doch Ist auf der Karte, müssten wir eigentlich mal in dem Lexikon von Ronald Al-Talking Da mal gucken Was heißt Ronald Al? John Ronald Royal Tolkien Ja Danke Ich habe es nur ein bisschen schneller ausgesprochen Es wäre nämlich sehr verletzend, wenn du es noch nicht mal wüsstest Auf dem Kompass, warte mal, die Gegner hier Level 14, das geht ja doch, das ist okay Ja, aber im Moment ist ja hier keiner, ne Warte mal, lass uns mal hierher gehen Du bist ja erst wieder da ganz Wo bist du denn schon? Hä? Du läufst ja voll falsch Warum? Mir zeigt der nach hier an Ich sehe dich nicht Wo bist du eigentlich? Hier hinten Guck doch auf die Kadde, Mann Ich sehe dich nicht Du siehst doch das Grüne bestimmt Oder das Blaue Na toll, jetzt hab mich Alter, wie weit muss ich laufen? Du läufst in der falschen Richtung, verdammt Nein Oh, bei mir ist der Fall so angezeigt Oder bist du schon weiter vor? Ja, du bist irgendwie weiter vor schon Ganz komisch Ach Bin ich mal schneller gelaufen Ja, aber du Ich war doch vorhin vor dir Ich muss mal kurz mal Oh, da wird 14er Ja, dann warte ich gleich auf dich Ich gehe mal auf den Hügel hier hoch Wieso bist du so schnell gewesen? Wo bist du eigentlich? Ich sehe dich überhaupt gar nicht mehr Es war was Ich war vorhin doch vor dir Ja, aber wo bist du? Siehst du mich? Ich sehe dich nur auf der Karte Ich sehe dich überhaupt gar nicht Ach, da bist du Da bist du, da läufst du gerade Hä? Ich war gerade vor dir sogar noch Und dann warst du auf einmal Komisch Äh, warte mal, das sind Level 10er sind das Ich hab schon gegen so einen gekämpft gerade Du läufst aber falsch Du musst da hoch Ja Okay, ich weiß Ich wollte nur an denen vorbei gehen Ach, da oben, das Lager Das kenne ich noch, ey Oh, da müssen wir auch ganz oft wieder hinlaufen, ey Mo Da, Eder Zwiegler Da Auch so eine Schröbe Jetzt Ben Besiegt Was Moorbrutwächter Besiegt Königin Und besiegt Moorspinnen Annehmen Oh nein, ja, nee Sammelt große Sichelfliegenflügel Boah, Entschuldigung Ist noch eine Aufgabe Von William Mo Moesfuß Besiegt Grutsetz Und Besiegt Gurtsram Das sind, glaube ich, schwere Aufgaben, ey Ja So, jetzt als erstes Äh, äh Die Flügel sammeln Die müssen hier irgendwo sein Ach, du Scheiße Ja, laufen wir einfach mal erst mal hin So, jetzt besiegt Gurts Hä? Hilf Das ist einer hier Ja Mal angreifen Mal schauen Ah Ja Einen hab ich Ich nicht Also Hä? Ich noch nicht Warte mal Ne, das sind Ah, das sind keine Das sind so eine Art Orcs, glaube ich, ne Da hinten sind wir Boah, Level 15 Da müssen wir aufpassen Da ist auch ein Kundschaft da Ich laufe mal rum herum Drum herum Dummer, dummer, dumm Boah, so, allein ist es echt schwierig Jetzt wird es zu zweit So, einen hab ich auch Vier So, jetzt müssen wir ja gucken Wo fliegt noch ein Ding Scheiße, ey Immer dann, wenn man die sucht, sind sie nicht da Ja Das stimmt Das sind Solche, die brauchen wir aber auch nicht Da hinten Da sind zwei Stück gleich Dann haben wir sie Ah, ich hab sie auf jeden Fall Ne, ich nicht Ich brauch noch drei Ach, es sind mehrere hier So, zwei Ich hab auch nur zwei Aber keinen Hab ich nicht bekommen Hast du bekommen, glaube ich Ne, war keiner Ne, auch nicht Da mal lang Da ist einer Wo Ne Da, hier Auf meiner Auf meiner Seite Na, da Auch nicht Mein Gott Komm Wir sind doch Wir sind auch wieder aus dem Bereich raus, ne Ja, könnte sein Wir müssen glaube ich wieder hier Weil wir jetzt sind wir hier bei Die Spinnen in denen Ah, hier Hä Wir sind aus dem Bereich Warte mal Ich geh mal wieder hier hin Das war War das das Gebiet? Ich glaub schon, ne Ne, zurück Hä Doch, hier sind wir richtig Boah, find erst mal so welche Hammer, ne Weißt du was, wir gehen hoch Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter Ja, wo ist denn das Dorf jetzt? Nicht das Dorf da oben, die Burg Das meine ich doch Das ist doch kein Dorf Ja, wo die Leute sind Boah Da ist glaube ich noch so ein Nerb Da ist so ein Ding Dann machen wir nachher So Gut Ja Ja Ja, dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal bei Herr der Ringe Online Mit Big Mana Und Ingo Viva Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend Wünschen und einen schönen Tag Ja, bis zum nächsten Mal Tschüss Tschü 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 Vielen Dank.